Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 387 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist, hängt davon ab, was du gegessen hast. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Der Anbau von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich illegal. Schon mit einer einzigen Pflanze macht man sich strafbar. Der Anbau von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich illegal. Schon mit einer einzigen Pflanze macht man sich strafbar. Ich sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen, aber oft kann ich nicht widerstehen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Nagellack kann Substanzen enthalten, die den Nagel schädigen und ihn bei häufigem Gebrauch brüchig machen. Tomaten gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Sie können Rot, Gelb, Grün, Lila und Lachsfarben sein. Tomaten gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Sie können Rot, Gelb, Grün, Lila und Lachsfarben sein. Fahr nicht so schnell mit deinem Fahrrad. Ich komme mit meinem Roller nicht hinterher. Griffe an der Wand können Menschen helfen, sich sicher im Haus zu bewegen. Griffe an der Wand können Menschen helfen, sich sicher im Haus zu bewegen. Die Umzugskartons sind gepackt. Lara wartet auf den Spediteur, der die Kartons an ihren neuen Wohnort bringt. Die Umzugskartons sind gepackt. Lara wartet auf den Spediteur, der die Kartons an ihren neuen Wohnort bringt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Für unser Picknick am Strand ist alles vorbereitet. Für unser Picknick am Strand ist alles vorbereitet. Wir haben San Francisco mit einer Drohne fotografiert. 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 Du kannst jetzt noch 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Du kannst jetzt noch 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich zeige euch die Sehenswürdigkeiten meiner Stadt. Hier schminke ich mich. Unser Zelt steht direkt am Wasser. Unser Zelt steht direkt am Wasser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd.